hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf motorer 10 wie ihr gesehen habt ist unser gast heute ein gast aus österreich genauer gesagt aus wien und es handelt sich um den lüfter von noctua den nfp 12 auf das unboxing habe ich diesmal verzichtet weil da sieht man ja nicht immer was neues hier seht ihr jetzt noch mal den lüfter an der variante 120 x 120 mm x 25 mm sowie beim letzten mal die noctua lüfter haben gewisse vorteile gegenüber anderen lüftern zum beispiel hier im design der blätter das sind auch ich zähle sie mal kurz durch insgesamt 9 ist dieses neuen blade design und nicht so wie an bei anderen lüftern 7 das ist der das ganz normale anschlusskabel ihr seht jetzt hier im hintergrund des den sogenannten low noise adapter der schwarz so auch wie den bei dem kleinen lüfter den ich euch schon mal vorgestellt habe das ist der ultra low noise adapter hat ulna genannt und jetzt kommt der adapter für euer netzteil falls ihr auf euren mainboard keinen freien steckplatz mehr habt für einen lüfter jetzt seht ihr hier die gehäuse schrauben die gehäuse schrauben braucht ihr natürlich wenn ihr den lüfter als gehäuse lüfter verwendet so jetzt sind wir schon bei der demontage des alten lüfters wie aus meinen anderen videos vielleicht noch wisst habe ich einen alten füllen nordwand revision b installiert und hier wechsel ich jetzt den lüfter aus der lüfter wird gehalten von sogenannten vibrations kompensatoren das sind keine statischen festen kompensatoren sondern die sind aus kunststoff bzw gummi und dadurch wird der lüfter in seiner laufruhe nicht beeinträchtigt ihr seht jetzt im direkten vergleich den alten und den neuen lüfter in kürze noch mal noctua hat so genannte kleine notches das sind diese einkerbungen an diesen lüftern die sorgen im übrigen noch mal dafür dass der lüfter von noctua noch leiser agiert als andere und hier seht ihr einen meiner so genannten lieblings feinde in anführungszeichen das ist der staub ich weiß nicht warum bei uns immer so viel staub ist wir saugen eigentlich täglich aber wir haben hinten eine große fabrik ich denke mal die ist daran nicht ganz unschuldig und den noch viel mal weg so wir sind bereits bei der installation des neuen lüfters von noctua ihr seht hier diese vier schwarzen kunststoff pinörkel nicht so immer das sind diese vibrations kompensatoren aus gummi das ist der neue lüfter und für jeden vibrations kompensator auf der einen seite hier schwarz gibt es auf der anderen seite eine bohrung und da müssen die guten dinge auch ein da ist sich ein bisschen ungünstig gestaltet oben anzufangen weil man dann unten nicht mehr rankommt an die kommt kompensatoren müssen wir also unten anfangen zuerst in eine ecke die sind aus kunststoff lassen sich also ganz gut durch das loch durchziehen dann unten auf der anderen seite jetzt bleiben oben die beiden kompensatoren noch übrig die kommen jetzt als nächstes ran bevor ich aber um die kompensatoren jetzt festmachen zeige ich euch noch mal dass der lüfter auch in der richtigen richtung montiert ist ihr seht hier zwei pfeile der untere pfeil zeigt an dass die luft auch in die richtige richtung fließt beziehungsweise strömt nach mir nachdem ich mich davon überzeugt habe dass das korrekt sitzt kann ich jetzt auch die beiden oberen kompensatoren durchziehen den rechten zeige ich euch jetzt noch mal ganz genau neben hinten den kompensator führt ihn durch die bohrung was er jetzt leider nicht seht aber ihr habt gleich noch einen besseren blick drauf so durch die eine bohrung ist er durch und jetzt zieht ihr das ding ist ja schließlich aus gummi einfach so lange bis der lüfter fest sitzt das war's man muss ein bisschen kräftiger dran ziehen man sollte auch nicht wirklich gewalt anwenden und ihr seht er sitzt nicht fest sondern erst locker und das genau das worum es geht jetzt folgt wieder die installation des lüfters anders mainboard ich habe mich wieder wie beim letzten mal für den ultra low noise adapter entschieden der ist bei doctor in der farbe blau und den adapter schließe ich dann auf meinem mainboard an das habt ihr gerade hier unten gesehen für den fall dass ihr zur besseren installation eure grafikkarte deinstalliert hatte kommt das natürlich jetzt als nächstes der lüfter sitzt und alle anschlüsse sind dran jetzt noch die grafikkarte wieder festmachen ich hatte sie ein bisschen gelockert für den fall dass sie aus ausnehmen musste musste ich aber nicht und als nächstes kommt dann der funktionstest beide lüfter laufen jetzt ihr werdet gleich sehen dass sie auch wirklich in der richtigen richtung laufen ich habe mir da was ausgedacht ich bin zwar inzwischen glücklicher nicht raucher aber ich habe da noch ein paar räucherstäbchen und ihr seht jetzt hier dass der erste lüfter die luft ansaugt durch den prozessorkühler bringt und von dort die luft auch dann aus dem gehäuse raus transportiert wird hier noch mal vorne der neue lüfter von noctua presst die luft durch den prozessorkühler und hinter dem prozessorkühler wird die luft dann weiter aus dem gehäuse raus transportiert zum schluss jetzt ein screenshot von speed van wo er die aktuellen umdrehungszahlen und umgebungstemperaturen seht toll dass ihr wieder dabei wart herzlichen dank und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss euer motorer zählen